Das ist nicht cool, soll ich dich mal woanders hinfahren? Ähm, warte. Ja, bitte. Das ist das Schwachsinn nicht, du kannst den Traktor ausmachen. Trotzdem geht's, ich weiß. Komm erst mal rechts rum hier, die Bäume noch wegräumen, die hier im Weg liegen. Komm bei dir rechts rum? Hier rechts? Na, dort wo du, ja genau. Da wo bei mir auch rechts ist. Ja, ich bin schon intelligent genug, das so zuzorten, dass das bei dir auch passt. Halt, warte mal, warum schleifen wir den Baum mit? Weil der, Günther. Ah, der Christian. Günther, ich hab dich nen Attraktor extra dahin gefahren. Warum? Weiß nicht, vielleicht weil wir da Getreide reinmachen können. Zum Ernten meinste. Nee, nicht zum Ernten. Apropos Günther, du könntest schon mal in unseren Hänger hinfahren. Zum Dingens. Wohin? Na, zum Felde hier, wo wir ernten wollen dann. Hab ich grad gemacht. Hat der Günther wieder kaputt gemacht. Ich steh doch hier bei dem Feld, wo wir ernten. Ah lol. Sorry. Hab ich, äh, äh, äh... Jetzt ist es reif. Jetzt ist es reif. Ich sag doch, du hast Lack gesoffen. Erntest du das jetzt ab, oder was? Na, und das muss ich ja machen. Dann musst du nicht, ich würd das auch gerne machen. Ich fang erstmal an. Na gut, also doch, du. Na, ich mach mal zwei, drei Bahnen, dann kannst du machen, wenn du willst. Ich kann gerne Bäume mehr tragen. Ja, Endborn. 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 Hast du den grad voll daneben gelegt? Jawohl. Äh, Julius, sägst du die anderen Stämme auch noch? Weil bei mir stehst du einfach nur da auf der Stelle. Ich sege die Stämme. Okay. Ich sege. Das Problem ist bloß, dass ich halt nicht sehe, welche fertig sind. Aha, das ist jetzt doof. Wie klein das Schneidwerk aussieht, wenn man von drinnen guckt an den Mähdrescher. Siehst du, dass ich jetzt drinnen sitze? Im Traktor? Jetzt sitze ich im Traktor, ja. Und jetzt? Jetzt stehst du daneben. Aber ich lauf nicht mehr. Ne, du läufst nicht, du stehst bei mir daneben. Das ist cool, deswegen kann ich auch keine Bäume mitnehmen. Weil ich halt da rumstehe. Naja, aber du musst ja halt auch Bäume schneiden und ich seh aber nicht wo du die schneidest. Jetzt hast du bei mir die Kettensäge in der Hand, aber du stehst immer noch neben dem Traktor. Was ist denn das, was ich ja gerade ernte? Sojabohnen? Ich glaube da haben wir Sojabohnen gepflanzt, ja. Und jetzt sägst du auch, aber direkt neben dem Traktor. Ist ja schön. Kannst du mir den Baumstamm davor legen, damit ich den durchsäge? Was? Kannst du mir den Baumstamm davor legen, damit ich den durchsäge? Ja, Alter, da kommen mehr Baumstamm. Ach, da waren auch noch so was. Na endlich. Schau mal kurz in der Runde, vielleicht seh ich den, wo du geschnitten hast. Na fahr mal gegen den Baumstamm hier. Geht auch so nicht weiter. Jetzt bist du weg. Ja, ich bin im Traktor eingestiegen. Jetzt sind ja ein paar, ja, so ist schön. Weil wir über den Ding ins Gefahren, ja, so ist schön. Feld ernten ist so aufregend. Mit so einem richtig fetten Meerescher wär das schon aufregend, ne? Aber nicht mit so einer... Gurke. Zum Rasenmäher. Ein Aufsitzmäher ist das hier. Nicht überhaupt. Das ist so ein Schiebmäher. Awww. Scheiße, jetzt sind wir auch noch auf der falschen Seite. Also kurz abspritzen hier. Aufs Feld abgespritzt. Ich hab 31% geladen bis jetzt. Ähm. Wir hängen die Baumstämme in der Luft. Fahr weiter, Christian. Ich wollte eigentlich neben dir fahren, weil das so schön aussieht. Aber das geht jetzt ja nicht. Halt. Für mich liegt ja eine Baumstämme im Feld. Ja, das sowieso, das stimmt ja. Da ist auch noch was dran. So. Mensch, ich kann die Baumstämme nicht mehr nehmen, weil die... Weil ich halt nicht mehr rumlaufe. Sondern nur noch... Ja, ich hab auch gerade gedacht. Das mach ich lieber nicht. Der ist leicht zu groß, der Stabius. Ganz minimal. Ganz minimal. Warte, ich... Ich eile sofort herbei. Du bist auf dem Aussichtspunkt, oder was? Ich stehe auf dem Aussichtspunkt und säge ihn in zwei. Warte. Patrick, ich mach jetzt noch eine Bahn, dann kannst du, wenn du willst, ja. Okay. Du musst Zeug machen mit dem Ding. So, geteilt, jetzt kannst du. Danke. Christian, lass mal dein Rohr aus. Einfach, weil es so schön ist. Ist immer ausgefahren. Du musst 9 kmh fahren, oder 10 kmh. Schön, die Hälfte im Hänger, die Hälfte daneben. Ist doch ein schöner Ertrag hier, muss ich sagen. Obwohl es nur Sojaboden sind. Oh, das ist doch schön fürs... fürs Video. Wie immer... Wie immer nur ein bisschen was rauskommt, ist ja schön. Jetzt bin ich leer. Ja, ist genau schön wie raus, ne? Es ist gerade live ab... live abpumpen. Abspritzen. Live abspritzen. So Patrick, ich bin fertig. Kannst dich in den Mehldrescher hocken. Ach, dann mach du doch hier weiter. Das war ja klar. Dass der Grobmotoriker was anders machen muss. Ja, genau. Du hast da übrigens Feld stehen lassen. Mach mal so. Ach, das kleine Stückchen da, ja. Oder was? Ja. Weil ich mich ja eigentlich das Stroh liegen lassen, wegen Viecherzeug und so. Gibt kein Stroh da. Wie, was? Das ist ja doof. Bei Erbsen gibt's kein Stroh. Bei Sojaerbsen. Ich hab schon 120 Liter. Dann trink mal einen. Und auf die ganzen Freiflächen dort können wir dann unsere Häuser bauen, oder wie? Okay. Können wir das... Geht das? Können wir das dort versiegeln, bitte? Oder ist das... Unsere Windräder können wir da drauf bauen. Ah, das ist ne gute Idee. Wenn wir dann mal 1,2 Millionen haben, oder was auch mal die Kosten. Okay, werden wir ja nie haben. Also hat sich das auch erübrigt. BIM 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 BÜM Bär! Sooo schön hier... gedüngt... fleißig gedüngt wird hier. Huh? So... wo hängen wir denn hier mit dem Ding? Bei uns gab es schon in der Kantine Würfelkartoffeln. Weißt du was Würfelkartoffeln sind? Gewürfelte Kartoffeln? Das war an der Pommesquadrate, die Pommeswürfel. Wer ist das denn? Das ist schön. Aber Würfelkartoffeln klingt dadurch schon viel besser. Ja, total. Klingt so richtig edel. Schweineschnitzel mit Würfelkartoffeln. Voll cool. Ja. Jetzt natürlich auch... was war das andere? Ich glaube Rinder-Nacken-Steak oder Rinder-Hüft-Steak oder irgendetwas vom Rindteil. Mit Kakao-Sauce und Kartoffeln. Kakao-Sauce? Ja. Das war irgendwie total gut, deswegen habe ich das nicht gegeben. Aber auch ehrlich gesagt zu teuer. Zu teuer. Das kostet 5 Euro. Zu teuer. Alter, ist ja nicht Fuchs. Ja. Ja. Ei, ei, ei. Den muss man nochmal anheben, ja. Aber wie viele Kran ich das mache hier, ey. Ich bin voll stolz auf mich. Ich bin es jetzt eigentlich mal mit Gamepad oder immer noch mit Tastatur? Ja, immer noch mit Tastatur. Okay, ja. Das lässt sich doch viel schöner mit der Maus machen, hier sowas aufladen, oder nicht? Hatten wir mal Tiere? Ne, wir hatten noch keine Tiere, ne? Ne, genau nicht. Holger Holunder. Willst du mal ein Stückchen fahren mit dem Ding, dass ich mal besser an den Stamm rankomme, der hinter dem liegt? Ein Stückchen nach vorne. Ein Stückchen weg wäre cool. So? Ja, so geht auch. Sollte schon reichen. Uiit, uiit, uiit. Da packt dann aus, den Schwengel. Nicht dorthin, so hin. So. Darüber. Drehen. Dieses Mehlwerk ist ja echt Pille-Palle hier, was wir dran haben. Ah. Verfehlt mit dem Greifer. Oh. Oh, ist das geil. Richtig geil. Hälfte geht daneben. Ich hab versucht, dein Rohr ein bisschen länger zu machen, aber es hat nicht funktioniert, es ist nicht mitgekommen. Ja. Ich schütte dich jetzt in den See rein hier, den Hänger. Sehr gut. Ja, genau. Und das Holz musst du dort in diese Getreidemühle bringen. Das ist ja hier, Hackschnitzel sind das ja, ne? Ich bin übrigens bei Null. Ja, ich weiß, aber sieht halt einfach so gut aus. Ja. Stimmt. Die haben heute einer diesen Stamm noch durchgesägt, oder? Ich hab zu tun, Christian. Kein Verlass auf die faule Bande hier. Ich will jetzt hier eigentlich die Hänger jagen. Ja, ich hab geguckt, wie lange der noch fährt, wenn ich ihn ausmache. Der fährt noch ein Stück. Okay, ja. Dann können wir Benzin sparen. Kriege ich dir helfen, Christian? Soll ich den zersägen? Nee, der passt doch so drauf. Alles gut. Was mach ich denn? Was machst du denn, Drew? Wie das aussieht. Das hättest du noch nie gemacht. Das hilft so ein Übschen doch ungemein, dass ich ja wieder mit dem Traktor rumfasse. Hübsch hübsch. Der letzte Schlenker mit dem Teil war natürlich gut. Ja, da will ich nicht mal so richtig drauf liegen, da... Ich kann dich nochmal hier anfassen. Uh, schick! Super. Wackelt ganz schön die Fuhre hier. Bleib dran, scheiß Baumstamm. Na ja, gleich liegt er unten, oder? Nein. Scheiß Dreck. Jetzt echt in dem oder einsammeln jetzt. Nein. Hast du gerade abgekippt, oder was? Nein, da hängt der Scheiße draußen jetzt. Nein. Jetzt düngt der Scheiße wieder. Das ist ein bisschen Druckaufbau, oder? Quatsch. Ich sehe schon, Julius hat unsere Felder angekriegt. Patrick, laut meiner Anzahl, laut meinem Bildschirm kannst du dann gleich beim nächsten Feld weitermachen, aber... Ja, von Weitem sieht es hier auch so aus. Aber ich habe hier noch einen grünen Fleck an der Seite, hier die Ecke, wo ich gerade bin. Lass mal ein Baba gucken. Ja, ein Streifen bei der 15 ist schon fertig, aber der Rest ist noch dunkelgrün. Und bei der 12 ist alles, äh... Ja, müsste theoretisch, wo ich gerade bin, unten die Ecke, müsste noch grün sein. Bei mir auch noch grün. Nein, ich glaube ich muss erstmal was wegfahren, oder so wird das zu viel. Ich muss erst mal kurz was wegfahren. Mal sehen, was jetzt hier stehen bleibt. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ja nicht einfach so ein Glas auf dem Tisch tönen. Das ist eigentlich mit deinem geilen Apartment und sowas, mit Kündigung, das funktioniert alles. Naja, das ist ja noch monatlich gemietet. Na dann, das ist ja einfach. Ja. Das sind halt trotzdem noch drei Monate, ja. Ja, da kannst du dich ja schon mal gemütlich umschauen, was du nach der RWS machst, von daher. Ja. Jetzt geht der scheiß Hänger wieder nicht hier. Aber die haben irgendwie keine Jobs ausgeschrieben. Beim ADAC Fahrsicherheitszentrum Sachsenring. Wo hatten wir das Holz hingebracht, Patrick? Zur Sarmel. C ist ein Wärtsch. Ähm. Erster Quadrant. Ne, vierter ist das. Oder? Das ist der vierte Quadrant, wenn du das Koordinatensystem meinst. Genau, dann vierter Quadrant. Hä? Sarmel. Um links. Um links neben Wasser. Ach ja, Standton oder was? Da wo der blaue, neben der Zehn. Standton. 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 Sag das doch, ja. Standton, Sägemüll. Ich fahr ja wie so Pförtner jetzt da rüber. Weil der scheiß Hänger so nicht funktioniert. Der eine Baumstamm, der liegt nur so halb auf dem Geländer drauf. So gefällt uns das. Der Arm, der schaukelt hier hin und her. Herrlich. Mal sehen, was es gibt für die Fuhre. Da wenn hier der Andreas letztes Mal gesagt hat, wir können uns ein größeres Mähwerk kaufen für den Traktor, äh für den Frecher hier. Wollen wir dann auch ein größeres Mähwerk kaufen? Weil fährst du hier zehn Stunden bis das Feld fertig hast und das ist ein kleines Feld. Naja, also müssen wirklich, sinnvoll sind wirklich Sämaschine und Mähdrescher. Das sind halt die Sachen, die am längsten dauern. Ja. Wenn du da so eine Direktsämaschine hast, die ein bisschen größer ist, dann hast du gleich Grobern und Säen drin und ein Mähwerk größer. Das lohnt sich schon, glaube ich. Ja. So nur gucken, welches da ranpasst. Also weiß ich ja nicht. Ich kenn mich da nicht aus. Ich hab da halt auch keine Ahnung. Aber wir gucken halt, ob wir einen größeren Mähdrescher mieten. Wir haben hier noch einen Haufen Holz rumliegen zum wegweilen. Ja, das wird ja nicht schlecht. Nein. Meinst du? BoBen. Vielen Dank. Ich muss auf der linken Spur fahren, weil ja hier zwei Bäume an der Seite raushängen und der Arm hängt nach rechts raus, da würde ich nämlich sonst hier die Laternen mitnehmen. Schön, sehr schön, äußerst schön, tsching, 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 macht es gerade. Ja, es gab bisschen Geld. Oh ja, ein Holzstamm hat 1200 und einer 1100 gebracht. Verkauftes Holz 11300. Sollen wir mal sehen. Nicht schlecht. Hier liegt ja auch noch Holz. Ja, Alter. Mit Holz können wir ja mal haufen. Wie viele Kohle haben wir jetzt insgesamt? 39.790. Okay. Ja. Sollen wir mal sehen? Ah, gut sein. Danke. Julius, wenn du nichts zu tun hast, könntest du noch mit dem Hänger vorbeikommen, bitte. Mit dem Hänger? Ich krieg ja pro Bahn ungefähr 10% rein und hab jetzt Bahn 80%. Hast du schon mal was weggebracht? Musst du aber in eine Richtung fahren. Ja, ich weiß. Wenn ich gleich wieder runterfahre, wird das ja passen. Ich weiß nicht, dass du hier auf Abruf bereit stehst und dich langweist. Ja, natürlich mach ich das. Tee tee tee. Heute löd ich, morgen schweiß ich. Aber jetzt guck ich erstmal über ein Überraschungsei. Manumäler bin ich fleißig. Oh. Ein Baum. Ein Specht. Ein Vogel. Aha. Überraschungsei, ein Vogel. Echt, natürlich. Die haben ja eine Meise. Hehehe, da war gut, oder? Ja. Ähm. Ja, zog ich mal einen kleinen Schneckern nach links. Gut. Wieder zurück. Dann. Bei. Dann. noch nicht. Oh. Bei. Jetzt.